In Annett Müllers Leben ist ein weiteres Stück Normalität zurückgekehrt. Sie darf ab heute wieder Kundschaft in ihrer Damenboutique am Brandenburger Platz empfangen. Dabei muss sie aber die neue Corona-Verordnung beachten. Das heißt, aufgrund der Ladengröße darf sie nur eine Kundin im Geschäft beraten. Außerdem müssen Kunden ihre Besuche per Mail oder Telefon anmelden. Die Modehändlerin hat da ihre Bedenken. Wie viele Kunden machen denn einen Termin? Sind wir mal ehrlich, wir verkaufen Luxus, wir verkaufen das, was das Leben schöner macht. Deswegen haben wir ja auch in letzter Zeit zugehabt, wir sind nicht systemrelevant. Und viele Kunden kommen eben auch zu uns und sagen, mir war heute so, ich will mir was Gutes tun. Oder ich hatte heute gerade Zeit, es hat sich einen Termin eingeben, der ausgefallen ist und jetzt bin ich bei euch. Und das ist schwierig, das ist nicht möglich gerade. Wir müssen wirklich einen Termin machen, vielleicht auch für denselben Tag natürlich, aber es ist schon eine Zeitverzögerung, es ist nicht einfach herkommen und reinkommen. Für viele Cottbusser bedeutet die heutige Öffnung eine große Umstellung. Wie Kunden an ihre Termine kommen, hängt vom jeweiligen Geschäft ab. Grundsätzlich ist alles möglich. Vom Anruf im Geschäft, Mail, Fax, Messenger-Dienst bis hin zum spontanen Nachfragen am Eingang. Viele Läden bieten Online-Reservierungen an. Auch hängen in und vor den Geschäften Plakate mit Hinweisen. Die Industrie- und Handelskammer Cottbuss begrüßt zwar die Öffnung des Einzelhandels, sieht aber noch Nachbesserungsbedarf bei Bund und Land. Was wir allerdings vermissen von der Politik, ist dieser angekündigte Vierklang. Also dieser Gleichklang zwischen Impfquote, Testergebnisse, Öffnungsstrategie und Kontaktbeschränkungen. Und das sehen wir eben in diesen Verordnungen nicht, sondern in den Verordnungen wird eben immer noch mit den Inzidenzwerten gearbeitet. Und es ist ja angekündigt worden, dass man im Prinzip auch Impfquote und Testergebnisse mit in die Öffnungsstrategien einfließen lässt. Und das sehen wir hier momentan nicht. Auch wenn der Handel jetzt wieder startet, viele Cottbusser Händler hätten sich wie die IHK eine weitergehende Öffnung gewünscht. So auch Annett Müller. Trotzdem ist sie froh, dass sie überhaupt öffnen kann. Alles ist besser als zu. Also das steht oben drüber mit einem fetten Ausrufezeichen, weil es macht ja auch was mit uns. Es macht ja auch mit denen, die hier stehen, was. Wenn wir eben nicht zu Hause sind, sondern wenn wir hier agieren dürfen und Kunden empfangen dürfen. Und es gibt Mut auch für die Zukunft. Und ja, meine große Hoffnung ist, dass all die Dinge, die jetzt angedacht sind mit dem Impfen, dass wir auch den Sommer bekommen. Die Jahreszeit macht ja auch was. Dass die Inzidenzen doch wirklich so weit runtergehen, dass wir dann ganz öffnen dürfen. Wobei ich eben auch sagen muss, auf diese Art und Weise, wie wir jetzt öffnen dürfen, ab heute, das hätten wir schon die ganze Zeit über machen können. Also so sieht es einfach mal aus. Ja, also das musste nicht auf heute gelegt werden. Das wäre komplikationslos für alle kleinen Geschäfte möglich gewesen. Das sehen viele Kunden genauso. Aber am Ende überwiegt bei vielen die Freude, dass der Shopping-Genuss jetzt wieder möglich ist. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020